Es ist komplizierter geworden den Überblick über das Netzwerk zu behalten. Das globale Monitoring des Netzwerkverkehrs ist wichtig, aber hilft oft nicht bei der Analyse des Netzwerkes. Man muss in der Zeit zurückgehen und untersuchen können, welche Pakete zu einem bestimmten Zeitintervall im Netzwerk verschickt wurden. Stellen Sie sich vor, es wäre möglich, Probleme im Netzwerk in wenigen Sekunden aufzuspüren. Sie könnten Statistiken und Pakete in Echtzeit sehen, sowohl vom aktuellen Netzwerkverkehr als auch vom vergangenen. Vereinzelte Netzwerkprobleme ließen sich so identifizieren und Sie könnten schnell darauf reagieren. Aber ist das überhaupt möglich? Allegro Packets sagt ganz klar, ja. Allegro Packets baut Maschinen, die das alles können. Die Allegro Network Multimeter erlauben es, den Netzwerkverkehr zu analysieren, indem Sie alle Pakete untersuchen, die an die Appliances geschickt werden. Die erhaltenen Daten werden übersichtlich als Statistiken angezeigt. Schon der Blick auf die wichtigsten Statistiken auf dem Dashboard ermöglicht oft eine erste Fehlereingrenzung. Für eine gezielte und tiefgehende Fehlersuche gibt es unterschiedliche Analysefeatures, mit deren Hilfe die Daten in Echtzeit dekodiert und korreliert werden. Darunter sind viele Protokolle der Layer 2 bis 7, zum Beispiel MAC, IP und SSL. Möchten Sie bestimmte Pakete genauer untersuchen, können Sie auf die vom Allegro Network Multimeter extrahierten Rohdaten zurückgreifen. Egal, ob in kleinen Büros, Rechenzentren, Telekommunikationsunternehmen oder großen Core-Netzwerken. Das Allegro Network Multimeter funktioniert in allen Netzwerkstrukturen. Schließen Sie das Gerät einfach an und legen Sie direkt mit der Analyse des Netzwerkes los. Die Netzwerkanalyse mit dem Allegro Network Multimeter erleichtert Ihnen als Netzwerkadmin den Arbeitsalltag. Dank der einfachen Installation und Inbetriebnahme, der genauen Analyseergebnisse und des schnellen Troubleshootings. Überzeugen Sie sich selbst!